Wenn du nur bei mir darfst. Rapp, 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 rapp. Im Moment, im Moment Applaus, ich bin schon erst in den Instrumenten. Hallo, alle mussten! Hallo! 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 Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Sowas hat man lange nicht gesehen! So schön! So schön! Ja, 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 ja! So, mal gucken, was hier unten im Volk los ist. Wir unterschut! Ja! Ja! Halt ihn hier durch! Ja! Wer hat das Jahr 2011 bewusst miterlebt, wer würde jetzt einmal die Hand heben. 2005 war ein schönes Jahr, das ganze Jahr. Gutes Wetter, alles in Ordnung. Man kann sich daran erinnern, stimmt das nicht ganz. Aber es passierte was. Eigentlich junge Herren saßen zusammen und dachten sich, nochmal doch uns ein Band machen. Das war eine gute Idee. Und das endete damit, dass Sie vor gar nicht allzu langer Zeit hier im Sandstron auf der Bühne standen und auf einmal, ihr glaubt es nicht, genau so viele, die heute hier in Ordnung sind, auch einmal vor ihnen standen. Sie konnten es selber nicht glauben. Jetzt darf ich vielleicht erstmal bitte nicht die Gläser hoch von der Bühne gehen. Ab schön hoch bei das Geld! Und wahrscheinlich weiß der eine oder andere ja schon, was passiert. Wie kann man es dann noch verbergen? Kasala! Die Beschreibung unserer schönsten Stadt mit einem einzigen Buchstaben. Frohligo!